Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Heute häkeln wir diese einfache Granny Squares. Die kannst du mit mehreren Farben häkeln, aber auch nur in eine Farbe. Wünsche euch viel Spass, abonniert meinen Kanal und jetzt können wir anfangen. Heute werde ich mit Acrylwolle häkeln, denn die sehen so aus. Aber du kannst auch mit Baumwolle häkeln, denn die sind so ein bisschen fester und ein bisschen anders aussehen. Dazu brauchen wir noch passende Häkelnadel, 4 Stück Markierer, Schere und zum Schluss Nähnadel. Ich beginne mit einem magischen Ring. Und jetzt häkeln wir die erste Runde. Das sind 8 Bommelmaschen. Die Bommelmaschen sind nicht in jeder Runde gleiche. In der ersten Runde sind die größte. und zwar Faden ziehen, Umschlag holen, Durchstechen, Faden holen. Das ist 1. Nochmal. Umschlag holen, Durchstechen, Faden holen. 2. Nochmal. 3. Und letztes Mal 4. Jetzt Faden holen. Und durch alle Fäden und Luftmaschen. Und das wiederholen wir noch 7 mal. Wir haben am Ende 8 Bommelmaschen in erster Runde. Nochmal. Nochmal. 1. 2. 3. Und 4. Abmaschen und Luftmasche. Wir sehen uns am Ende der Runde. Jetzt habe ich 8 Bommelmaschen. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Jetzt Faden ziehen und Ring schließen. Und die Runde beenden mit einer Kettmasche. Hier in diese erste Masche. Und jetzt wechseln wir die Farbe. Einfach Faden holen und durchziehen. Diese rote Faden fester ziehen. Und die beiden Fäden ein paar Maschen in der Mitte mitlaufen lassen. Und jetzt zweite Runde. Wir beginnen hier zwischen diese 2 Bommelmaschen. Und häkeln auch Bommelmasche. Aber jetzt Faden ziehen. 1. Umschlag holen. Durchstechen. Und Faden holen. 1. 2. Und 3. Jetzt abmaschen. Und Luftmasche. In zweiter Runde wir ziehen nur 3 mal. Und jetzt zwischen jede 2 Bommelmaschen häkeln wir 2 Bommelmaschen. 1. 2. 3. Abmaschen. Luftmasche. Und noch eine. 1. 2. 3. Abmaschen. Luftmasche. Und noch eine. Und das wiederholen wir ganze Runde. Ich mache noch einmal und dann kann ich die Fäden abschneiden. Wir müssen dann nichts vernähen. Abmaschen. Abmaschen. Luftmasche. 2. 3. Abmaschen. Luftmasche. Jetzt einfach abschneiden. Und das wiederholen wir bis Ende der Runde. Wir sehen uns hier bei der letzten Masche. Jetzt haben wir überall 2 Bommelmaschen. Abmaschen. Nur hier nicht. Dann häkeln wir noch eine. 1. 2. 3. Abmaschen. Luftmasche. Und wieder hier in diese erste Masche. Eine. Kettmasche. Und zweite Runde ist auch fertig. Dritte Runde. Wir wechseln wieder die Farbe. Einfach durchziehen. Und ziehen. Diese orange Faden fester ziehen. Beide Fäden wieder in der Mitte mitlaufen lassen. Und wir beginnen. Hier ist die letzte Masche. Und beginnen zwischen diese 2 Bommelmaschen. Und jetzt häkeln wir nur. 1. Und 2. Abmaschen. Luftmasche. Und wieder zwischen jede 2 Bommelmaschen. häkeln wir 2 Bommelmaschen. Aber nur 2 mal ziehen. 1. 2. Abmaschen. Luftmasche. Und 1. 2. Abmaschen. Luftmasche. Noch ein paar Mal. Und dann kannst du Fäden abschneiden. Und wir sehen uns wieder am Ende der Runde. Und die letzte Bommelmasche. Zwischen die letzten 2 Bommelmaschen. 1. 2. Abmaschen. Luftmasche. Runde beenden mit einer Kettmasche. In 1. Masche. Und jetzt Faden abschneiden. Und durchziehen. Und das war die 3. Runde. In 4. Runde häkeln wir keine Bommelmaschen mehr. Deswegen werde ich die letzte 2 Runde mit einer anderen Farbe häkeln. Aber du kannst auch die 4 Runde noch farbig häkeln. Und das machen wir jetzt so. Wir können beginnen irgendwo zwischen 2 Bommelmaschen. Zum Beispiel hier. Und das geht. Faden holen. Und ziehen. Diese Faden in der Mitte mit laufen lassen. Paar Maschen. Und jetzt. Umschlag holen. Durchziehen. Faden holen. Zwei Fäden abmaschen. Und nochmal. Umschlag holen. Durchziehen. Faden holen. Und alle Fäden abmaschen. Und Luftmasche. Und das häkeln wir zwischen jede 2 Bommelmaschen. Umschlag holen. Faden holen. Zwei Fäden abmaschen. Umschlag holen. Faden holen. Alle Fäden abmaschen. Und Luftmasche. Und das wiederholen wir. Ganze Runde. Dann kannst du auch diese Fäden so in der Mitte mit laufen lassen. Und du musst nichts vernähen. vernähen. Noch letztes Mal. Abmaschen. Luftmasche. Aber jetzt. Runde beenden. Nicht hier. In der Masche. Aber hier in diese zwei Maschen. Und eine Kettmasche. Und das ist wichtig. Weil so haben wir 64 Maschen in der Runde. Und das brauchen wir für die letzte Runde. Wenn wir 64 Maschen haben. Das ist teilbar durch 4. Das heißt 16 Maschen. Und jetzt markieren wir diese Ecken. Das ist das da. Und das machen wir so. Diese Masche wird mittlere Masche von einer Seite. Und jetzt sieben Maschen auf einer Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir markieren die achte Masche. Und jetzt einfach. 15 Maschen. Freilassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 13, 14, 15. Und die 16. Masche markieren. Wieder 15 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 13, 14, 15. Die 16. Masche markieren. Und nochmal 15. 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 13, 14, 15. Die 16. Masche markieren. Und hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und das ist 8. Zusammen ist auch 15. Jetzt haben wir 4 Ecken. Letzte Runde. Wir häkeln so, dass eine Luftmasche. Einmal eine feste Masche, in der nächsten 2 Maschen. 2, 1, 2. Ein halbes Stäbchen in der nächsten 2 Maschen. 1, 2. ein ganzes Stäbchen in die nächsten zwei Maschen, ein doppeltes Stäbchen in die nächste Masche und jetzt in die markierte Masche wir häkeln ein doppeltes Stäbchen, eine Luftmasche, wenn du möchtest, du kannst auch zwei Luftmaschen, je nachdem wie du die vier Ecke zusammen häkeln willst und wieder ein doppeltes Stäbchen in die gleiche Masche jetzt die andere Seite, das sind diese 15 Maschen in die erste Masche ein doppeltes Stäbchen, ein ganzes Stäbchen in die nächsten zwei Maschen, ein halbes Stäbchen in die nächsten zwei Maschen, eine feste Masche in die nächsten fünf Maschen, diese dritte ist mittlere, das ist die gleiche wie hier und jetzt wieder zwei, eins, zwei, insgesamt haben wir fünf feste Maschen und wieder ein halbes Stäbchen in die nächsten zwei Maschen, ein ganzes Stäbchen in die nächsten zwei Maschen, doppeltes Stäbchen in die nächste Maschen und in markierte Maschen doppeltes Stäbchen, Luftmasche, doppeltes Stäbchen und das wiederholen wir ganze Runde, dann sieht das so aus. Wir sehen uns hier am Ende. Auf der letzten Seite ganze Stäbchen in zwei Maschen, ein halbes Stäbchen, ein halbes Stäbchen in zwei Maschen, feste Masche in die nächsten zwei Maschen und zwei, das ist die dritte von Anfang und Runde beenden in der Masche, aber das machen wir so. Jetzt von hinten durchstechen, diese Faden holen und durchziehen, jetzt Faden abschneiden und ziehen, jetzt in dieser letzte Masche von hinten stechen und diese Faden auf der Rückseite ziehen und so haben wir keinen Unterschied wo ist Anfang und Ende der Reihe oder Runde. und das war unser Viereck oder Grani Square. Wir haben auf jeder Seite gleiche Maschenanzahl, das ist 17 Maschen hier, diese Eckmasche, 17 Maschen und so weiter. Das ist sehr wichtig, wenn du die Vierecke zusammen häkeln möchtest oder nähen möchtest. Ich habe auch ein Video, wie du die Vierecken zusammen häkelst und Link dazu findest du unten in Beschreibung. Und das war für heute alles. Wenn dir mein Video gefallen hat, abonniere meinen Kanal und wir sehen uns nächstes Mal. bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017